Wann sollte ich meine Wiki-Software, oder eigentlich gilt es auch für andere Software-Systeme, updaten? Das ist eine Frage, die uns häufig gestellt wird und die man gar nicht so einfach beantworten kann. Viele Unternehmen, die erfolgreiche kommerzielle Firmen-Wikis herstellen und auch Open-Source-Communities, bringen relativ viele Updates und Upgrades für Firmen-Wikis heraus. Und diese Upgrades sind dann sozusagen verfügbar, ich kann die downloaden, muss aber meine bestehende Instanz aktualisieren. Das erfordert einen gewissen Aufwand. Und die Frage, die wir erkunden, ist jetzt häufig, soll ich das machen oder lohnt sich das nicht? Und die erste Frage, die man sich stellen sollte in der konkreten Situation ist, was für Funktionalitäten bringt denn das neue Update? Sind da Dinge drin, die für Sie wichtig sind, die Ihnen Wert stiften, die in Ihrem Unternehmen gebraucht werden können? Haben Sie das mal ausprobiert? Funktioniert das so, wie Sie das brauchen im Unternehmen? Also wie groß ist der Nutzen durch das Update? Teilweise ist es auch so, dass Sie Sicherheitslöcher gestoppt haben und Sie die für sich als relevant ansehen. Und dann sollten Sie sozusagen aus Sicherheitsgründen ein Update durchführen. Wenn es ein großes neues Release gibt, also ein Major Update, dann sollten Sie auf jeden Fall auf den ersten Patch, also so eine Art Flicken warten. Denn große Neuerungen in einer Software ziehen häufig auch zahlreiche kleine Fehlerchen nach sich. Ein gutes Beispiel zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat der Hersteller Atlassian die Software Confluence 3.5 rausgebracht. Und jetzt innerhalb von vier bis fünf Wochen sind da irgendwie 210 Bugs entstanden, die von der Community gemeldet worden sind. Die sind sehr aktiv, da sind ganz viele kleine Sachen, die nicht so richtig wichtig sind, aber auch ein paar Sachen dabei, die wichtig sind. Und jetzt vor ein paar Tagen wurde dann das erste Patch Release rausgebracht, also sozusagen so ein Flicken, der dann halt diese Bugs behebt. Das heißt, wenn es also ein neues Update rausgekommen ist für ein Firmenwiki, dann würden wir Ihnen empfehlen, für Ihre produktive Instanz immer zu warten, bis der Patch Release raus ist. Und erst dann das einzuführen, weil in diesem Patch Release meistens die wichtigsten Fehler, die da noch auftreten, behoben werden. Grundsätzlich ist dann die Frage, wie hoch ist denn der Aufwand? Also was für technische Anforderungen haben Sie, was muss da gemacht werden? Selbst wenn es Software wie WordPress ermöglicht, einem teilweise mit einem einzigen Klick ein Update durchzuführen, selbst dann sollte man nicht immer gleich auf Update drücken, weil auch mit dem Update natürlich Probleme entstehen können. Inkompatible Plugins, Erweiterungen, selbstgeschriebene Customizing Elemente können anschließend nicht funktionieren. Insofern evaluieren Sie einfach mal, wie hoch ist denn der Aufwand überhaupt für uns, das Update durchzuführen, das Testing durchzuführen und zu gucken, ob anschließend noch alles funktioniert und die neuen Funktionalitäten auch da sind. Und dann vergleichen Sie das, also neue Funktionalitäten, Sicherheitslöcher, die gestoppt worden sind und Kosten gegeneinander gestellt, was überwiegt denn da für mich? Und da kann es durchaus sein, dass ich mal sage, das ist nicht so wichtig für mich, dieses Update, lasse ich einfach aus. Also ich laufe dann mit meiner bestehenden Instanz weiter auf einer älteren Version und bin dann sozusagen einen Schritt zurück. Das ist durchaus möglich. Das heißt, so ein Update ist nach unserer Meinung nach nicht Pflicht, aber wenn Sie, sagen wir mal, also wir sagen unseren Kunden, wenn Sie das dritte Mal ein Update ausgelassen haben, dann müssen Sie unserer Meinung nach updaten, weil Sie ansonsten fürchten müssen, dass strukturelle Änderungen an der Software durchgeführt worden sind, die dazu führen, dass Sie nicht mehr so einfach ein Update durchführen können. Und dann sozusagen der technische Aufwand, der steigt sowieso mit jedem Update weiter, irgendwann so groß wird, dass der sozusagen exponentiell steigt und nicht mehr linear und auf diese Weise dann eine weitere Auslastung einfach gefährlich wäre und dafür sorgt, dass Sie sozusagen mit dem System eher in Stocken geraten. Insofern, jedes dritte Update sollten Sie unserer Meinung nach durchführen. Man muss nicht jedes Update durchführen. Die Frage ist immer, was steht in den Release Notes, was wurden für Änderungen durchgeführt, was für neue Funktionen gibt es, sind die für Sie interessant, sind Sicherheitslöcher gestoppt worden, die Sie auf jeden Fall auch bei sich im Unternehmen gestoppt haben wollen. Und anhand dieser Nutzen-Evaluation sollten Sie das mit Ihren Kosten vergleichen und eine Entscheidung treffen. Das ist unsere pauschale Empfehlung zum Thema Updates von Unternehmens-Wiki-Systemen. Alles klar. Danke. Tschüss.